Es ist unser Vorstandsmitglied vom HBPKV, Heinz Rupp, und ich habe bis vor acht Tagen gar nicht gewusst, welche Fähigkeiten er außer Polypilie und Kraft-Dreikampf noch hat. Er macht also hier einige Kraftakte, die noch nie dagewesen sind. Er wird versuchen, 115 Dachziegel innerhalb von kürzester Zeit kaputt zu schlagen. Dies ist schon einmal gelaufen und der Karate-Weltmeister hat eine Minute gebraucht. Heinz Rupp hat gestern 100 Stück in 15 Sekunden zerschlagen. Bevor wir anfangen, bitte ich um einen Sonderapplaus für Heinz Rupp. Heinz, ich werde die Zeit also mit Stopp und mitstoppen. Und wenn du fertig bist, rufst du Stopp oder Halt, damit ich das korrekt vollziehen kann. Zeig mir bitte Bescheid, wenn du soweit bist. Ich hoffe, du spiegst gar nicht an der Bühne hin. Soll ich die Startzeichen geben? Hier ist ein Runde. Auf die Plätze. Fertig. Ab. Wir staubten hier. Meine Damen und Herren, das waren 150 Sekunden in sage und schreibe. 9 Minuten und 45 Sekunden. Ein absoluter Wettrekord. 9 Sekunden. Bekommst du. Ein absoluter Wettrekord, denn es zu schlagen gilt für die nächsten Herren, wie so etwas probieren. Doch damit ist der Scherben noch nicht genug. Sie sehen noch diesen wunderbaren Stapel vom Platten. Und unser guter Heinz wird also nach einer kurzen Erholungspause alle Platten mit dem Kopf zerstören. Er hat gestern schon einen Auftritt gehabt, da hat er zehn Platten geschafft und heute versucht er sich zu steigern. Er hat also hier elf Platten aufgelegt. Wir haben ja einen Verbandsrat da, aber schon, dass wir nicht brauchen, wir geben dem Heinz noch einen Moment Gelegenheit, bis die anderen Scherben weg sind oder dass er sich voll konzentrieren kann. Und Heinz, du sagst mir bitte, wenn du soweit bist. Bitte um absolute Ruhe im Publikum. Also meine Damen und Herren, wenn Sie demnächst einen Altbau haben, den es zu sanieren gilt und abzuweisen, kein Schubstum in Ruysenburg, Sie können sich nachher noch informieren. Auch unsere Helfer sind hier fleißig bei der Arbeit und haben im Nachhinein auch mit Sicherheit einen Applaus verdient. Ich darf jetzt schon bitten, die Männer der Männerklasse 1, sich bereit zu halten. Das sollte mit der Startnummer 1, Herrn Walter Imbert, auf die Bühne bitten. Männerklasse 1 ist 70 Kilogramm Körpergewicht. Fr. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 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 Dankeschön, Manfred Fuchs. Bitte bleibt auf der Bühne und ich darf die anderen Teilnehmer hinzubieten. Wohlberg! Wohlberg! Flüchtposen. Doppelbizep. Ausführung? Pfeift herum. Aft, Herr Gessie, muss. Ausführung? Für die Beine. An Drehung seitlich. Prost. Auf die Drehung! Auf die Drehung! Auf die Drehung! Ab die Drehung, Doppelbizep. Ab, Torissimus. Ab, bitte eindrehen zur Drehzeitpose. Ab, bitte eindrehen zur Drehzeitpose. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Und rufe den ersten Teilnehmer der Männerklasse 2, körperlich 70 bis 80 Kilogramm, vom Studio Body Beautiful aus Wiesbaden, die Startnummer 30, Lothar Bruch. Applaus 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 Dankeschön, vom Sportstudio Klein aus Darmstadt, kommt die Startnummer 35, Bernhard Pocconi. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Applaus 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 Macht ein Gegner, Uliger! Schau! Ich bin Peter Reimann und ich sage nur 43 Franz Stroh. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018